Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2520. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Kunde ist mit unserer Arbeit zufrieden. Wir haben einen Folgeauftrag erhalten. Der Kunde ist mit unserer Arbeit zufrieden. Wir haben einen Folgeauftrag erhalten. Ich warte schon länger im Regen auf Paul. Ich hoffe, er hat unser Treffen nicht vergessen. Ich warte schon länger im Regen auf Paul. Ich hoffe, er hat unser Treffen nicht vergessen. Hier ist die Marmelade. Marmelade. Kannst du dir dein Frühstück selbst machen, oder soll ich dir helfen? Hier ist die Marmelade. Auf diesem Feld wachsen Früchte, die nur noch halb so viel Wasser brauchen wie früher. Wollen Sie an unserer Umfrage teilnehmen? Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wollen Sie an unserer Umfrage teilnehmen? Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wollen Sie an unserer Umfrage teilnehmen? Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wir haben gemeinsame Interessen und passen gut zusammen. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Und was mache ich jetzt mit der Brille? Wie benutze ich sie? Welchen Vorteil habe ich davon? Seit frühester Kindheit interessiere ich mich für die Herstellung von Keramikprodukten. Seit frühester Kindheit interessiere ich mich für die Herstellung von Keramikprodukten. Seit frühester Kindheit interessiere ich mich für die Herstellung von Keramikprodukten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es ist so schön, dass wir beide das Examen bestanden haben. Jetzt steht uns die Welt offen. Hast du die Dokumentation gelesen? In diesem Fall bin ich anderer Meinung. Schau dir das Bild noch einmal genau an. In diesem Fall bin ich anderer Meinung. Schau dir das Bild noch einmal genau an. In diesem Fall bin ich anderer Meinung. Schau dir das Bild noch einmal genau an. Das sind die Ergebnisse künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, ob das wirklich so ist. Das sind die Ergebnisse künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, ob das wirklich so ist. Das sind die Ergebnisse künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, ob das wirklich so ist. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Hast du heute Abend Zeit? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Hast du heute Abend Zeit? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Hast du heute Abend Zeit? Ich bestätige die Reservierung eines Tisches für vier Personen heute um 20 Uhr. Ich bestätige die Reservierung eines Tisches für vier Personen heute um 20 Uhr. Ich bestätige die Reservierung eines Tisches für vier Personen heute um 20 Uhr. Wenn du mich so behandelst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn du mich so behandelst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir sind uns einig. Gemeinsam schaffen wir es. Wir sind uns einig. Gemeinsam schaffen wir es. Einmal im Jahr machen wir zusammen Urlaub in einem schönen Hotel ohne unsere Familien. Forschungen im Labor führten zu neuen Erkenntnissen in unserer Abteilung. Unsere Katze hat Junge bekommen. Der Korb ist voll. Unsere Katze hat Junge bekommen. Der Korb ist voll. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.